Servus von der Mehlmüllhalde. Manche Unterhaltungen mit Scammern sind leider so kurz, dass sich ein eigenes Video nicht lohnt. Daher habe ich jetzt mal einen Teil der abgebrochenen Konversationen in dieses Video zusammengepackt. Ich wünsche gute Unterhaltung. Scammerbrett schreibt mich wie ja alle mit Gmail-Adresse an und schon die Adresse stimmt nicht mit dem Namen überein. Überraschenderweise fragt er gleich meine persönlichen Daten ab. Ich antworte standardgemäß und ohne meine Daten. Nächste Mail kommt wieder mit der Datenliste, welche ich offensichtlich ausgefüllt retour schicken soll. Retour kommt aber wieder nur meine Standard-Mail. Rate, was der Gute dann schickt. Ohne irgendeine anderen Reaktion auf meine Mail schickt er ein drittes Mal die Datenliste. Um das hin und her dann zu beenden, habe ich ihn dann nach mehr Informationen über Cash4U gefragt, weil ich nichts darüber im Internet finden kann. Und nun die Überraschung. Ich habe nie wieder etwas von ihm gehört. Janett bietet mir großzügig einen Kredit an und schreibt im Gegensatz zu anderen Scammern schon in der ersten Mail, dass ich 88 Euro bezahlen müsse. Ich meinte, dass ich doch kein Geld habe und ob sie mir den Betrag nicht leihen kann. Nach Erhalt des Darlehens würde ich dann 200 Retour geben. Wollte sie nicht. Auch, dass ich nicht mal weiß, was ich nächsten Tag essen soll, hat ihr Herz nicht erweicht. Auch meine Frage, was das denn für ein System sei, von Leuten, die ohnehin nichts haben noch Geld zu verlangen, blieb unbeantwortet. Wenn Sie bei mir einmal die einzige Gebühr zahlen, erhalten Sie Ihr 3-Stunden-Darlehen in aller Aufrichtigkeit und in aller Ehrlichkeit, ich schwöre dir, beim Grab meines verstorbenen Mannes. Nachdem mich diese Mail auch nicht überzeugen konnte, beziehungsweise ich immer noch kein Geld zum Schicken hatte, bekam ich noch ein kurzes Okay von ihr und weiter keine Kommunikation mehr. Aufgabe durch Janett Sonja schickt erstmal eine professionelle Anfrage, welche ich Standard beantworte. Typischer Scammerfehler Unachtsamkeit Denn sie bietet mir dann 30.000 Schweizer Franken anstatt Euro. Und nachdem ich das korrigiere, bekomme ich auch keine Antwort mehr. Stattdessen im Laufe der Zeit noch vier weitere Startmails. Unglaublich, wie diese Spezialisten tatsächlich auch noch Geld verdienen können. Interpol schreibt mir von deren weltberühmten Gmail-Adresse und erkündigt sich, ob ich den schon auf Scammer hereingefallen bin und Informationen dazu habe, damit man mir helfen kann. Das habe ich natürlich bestätigt, allerdings kam dann sofort die Frage nach einer WhatsApp-Nummer, die ich wie immer mit der Altermann-Masche abgewehrt habe. Allerdings habe ich mich bereit erklärt, persönlich zu einer Dienststelle in Salzburg zu kommen und dort auszusagen. Da die Interpol anscheinend nicht aus Deutschland kommt, so wie übrigens Salzburg auch, sollte ich nun Details schicken, damit man mir doch noch helfen könnte. Nachdem ich dann eine erfundene Betrügermail-Adresse und einen Fantasiebetrag geschickt hatte, kann die versprochene Hilfe sofort. Und zwar in Form einer Mail-Adresse zu einem wirklich seriösen Kreditgeber, der Einzige, der mir mit einem Kredit helfen kann. Und weil ich meine Freunde schon kenne, habe ich diese Mail-Adresse als jene von Eduardo identifiziert, über den ich ja auch schon ein Video gemacht habe. Den Link dazu packe ich in die Videobeschreibung. Meine Mails mit – und was passiert mit den Betrügern? Und was ist jetzt mit deiner Hilfe gegen meinen Betrüger? Blieben dann unbeantwortet. Also Abbruch durch Interpol. Nachdem Becky mit ihrem 750 Millionen Gewinn Gutes tun will, spendet sie 850.000 an Menschen auf der ganzen Welt. Verstehe nur nicht, warum sie von einer unpassenden Mail-Adresse schreibt, obwohl sie doch so eine schöne eigene hat. Aber egal. Ich freue mich für sie und ihren Supergewinn und habe mich damit anscheinend für eine großzügige Spende qualifiziert. Ich bekam eine Mail mit ausführlichen Anweisungen, wie ich denn nun weiter verfahren sollte. Der Bankangestellte sollte kontaktiert werden, der kümmert sich um die Überweisung. Wir haben dann noch kurz diskutiert, dass ich die Spende gerne am Finanzamt vorbeischummeln möchte, damit ich nicht gleich mal 50 Prozent abdrücken muss. Aber Becky versicherte mir, dass ihre Bank alles im Griff hat und das Finanzamt sicher nichts erfahren wird. Also praktisch bei Hilfe zur Steuerhinterziehung. Also tat ich das, ohne zu wissen, dass dies schon die letzte Nachricht von Becky war. Michael schickte mir sogleich die übliche Liste für den Datenklau, welchen ich gewissenhaft ausgefüllt retour gemählt habe. Allerdings schienen meine Antworten nicht zu gefallen, jedenfalls habe ich weder von Becky noch von Michael je wieder gehört. Wird dann wohl nix mit der steuerfreien Spende. Annett schreibt mir eine Empfehlung für Sven, der ihr einen Kredit gewährt hat und sicher auch mir helfen kann. Also habe ich Sven kontaktiert. Auf seine Frage, was ich denn mein Anliegen sei, schickte ich meine Standard-Mail, in der ich schon darauf hinweise, dass ich keine Vorabkosten zahle. Daraufhin hat er komplett durchgedreht. Das muss ich dir komplett weitergeben. Ich muss Ihre Nachricht nicht bis zum Ende lesen, bevor ich Ihnen antworte. Wenn Sie nicht zahlen, träumen Sie nicht mehr davon, einen Kredit zu bekommen. Du bist nicht derjenige, der das Geld hier hat und ich werde es dir kostenlos leihen. Und bevor Sie mich kontaktieren, fragen Sie bitte denjenigen, der Sie an mich verwiesen hat, ob er nicht bezahlt hat, bevor er ein Darlehen erhalten hat oder nicht. Ich mag es nicht, wenn jemand undankbar gegenüber anderen ist. Wie kannst du sagen, dass du einen Kredit von 30.000 Euro ohne Gebühren willst? Ich habe das Geld vom Baum gepflückt, denkst du? Das sind Diebe, die einen Kredit ohne Gebühren haben wollen. Und ich kleiner Unwissender dachte immer, dass Kreditgeber eigentlich an den Zinsen verdienen. Darum habe ich auch klar machen wollen, dass ich ja nie gesagt hätte, ich wolle keine Zinsen zahlen. Aber das kam wohl zu spät. Annett und Sven waren verschwunden. Das war also ein kleiner Überblick, warum nicht jeder Scam-Versuch ein eigenes Video verdient hat. Aber ich habe ja zum Glück noch vieles an Material. Und darum sage ich Servus bis zum nächsten Video.